Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung hier direkt aus Karlsruhe von unserem Kongress Wandel durch Teilen für Weltenwandel TV. Die heilige Geometrie fasziniert immer mehr Menschen. Ob es der goldene Schnitt ist oder die Blume des Lebens, es ist dieses alte Wissen, was immer mehr Menschen in seinen Bann zieht. Es sind die Strukturen und Muster, die immer wiederkehren und die uns auf einzigartige und auch ergreifende Art und Weise zeigen, wie alles Leben miteinander verbunden ist, wie alles eigentlich auf eine gemeinsame Quelle zurückgeht. Ich begrüße jetzt einen Mann, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, mit der heiligen Geometrie. Er ist ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet, Andreas Beutel. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Herr Beutel, Sie leiten das Institut Pythagoras Institut in Dresden seit vielen Jahren. Ihr Steckenpferd war anfangs die heilige Geometrie, heute sind Sie ein Experte auf diesem Gebiet. Sie halten viele Vorträge, Sie forschen auch dazu, forschen in den Tiefen der Geschichte sozusagen. Jetzt sind Sie hier auf diesem Kongress, da geht es ja um das Teilen. Was hat das Teilen damit zu tun? Was hat das Teilen mit der Geometrie zu tun? Die heilige Geometrie führt immer wieder auf den Menschen zurück. Und beim Teilen meiner Ansicht nach muss man darauf schauen, was ist denn der Mensch eigentlich? Oder woher bezieht er seine Quellen? Jemand, der nicht heilen kann, der leidet einen Mangelzustand, weil er nicht weitergeben kann. Wenn aber jemand weiß, dass er im Kosmos aufgehoben ist oder angebunden ist, dann kriegt er ständig Inspiration und Wissen nachgeliefert oder Fähigkeiten. Und wenn er die sachgerecht einsetzt, entsprechend seiner Aufgabe oder wofür er geschaffen ist, dann teilt er das. Also dann sollte er es teilen, weil er kann es nicht für sich behalten, weil er ständig was nachfließt. Es gibt niemand, der irgendwie unnütz auf der Welt ist, sondern jeder ist mit einer Aufgabe gekommen oder mit einem Traum, was er tun möchte auf diesem Planeten. Und wenn die Menschen von der Gesellschaft in einem System gehalten werden, wo sie sich nicht entfalten können, dann kommen sie nicht ins Teilen. Und wenn wir das aber lernen, dass wir also vertrauen können in den Menschen oder überhaupt ins Universum, dann können wir ihnen auch den Raum geben, sich zu entfalten, sich mitzuteilen und dann kann jeder seinen Beitrag bringen und dann entfaltet sich eine ganz andere Welt als die, die wir jetzt sehen. Wie sind Sie selbst, ich habe anfangs gesagt, Sie waren anfangs, war das so mehr ein Hobby vielleicht. Sie haben sich immer mehr da hineinbegeben. Wie sind Sie ursprünglich dazu gekommen, sich mit der heiligen Geometrie oder auch mit dem Teilen für sich persönlich zu beschäftigen? Ich habe eine Lehre gemacht als Industrieelektroniker und danach Abitur gemacht, weil das zu DDR-Zeiten nicht ging. Das also sozusagen nachgeholt und dann habe ich angefangen, Physik zu studieren. Und parallel dazu habe ich aber schon angefangen, mich mit den Randgebieten der Physik zu beschäftigen. Das, was heute, sagen wir mal, in aller Munde ist, das war damals noch nicht so sehr. Zum Beispiel? Nikola Tesla war ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, Viktor Schauberger oder das, was freier Energie heute ist. Und da habe ich dann festgestellt, im Studium werde ich das nie erfahren. Und wenn ich fünf Jahre jetzt Physik studiere, verbiegt mir das das Denken dermaßen, dass ich dann nicht mehr sehen kann, wie ich es eigentlich empfinde, also nicht mehr meine eigene Quelle anzapfen kann. Dann habe ich angefangen, mich in einer anderen Richtung zu bewegen und habe meinetwegen ein esoterisches Buch angeschaut. Und dort stand dann drin, alles ist Licht und alles ist Liebe. Und das war mir aber wieder zu seicht, als man, also ich brauche schon ein bisschen Wissen oder ein physikalisches Denken, das legt man nicht einfach so ab. Ich habe gemerkt, das eine funktioniert nicht, aber das andere funktioniert auch nicht. Und habe irgendeinen Mittelweg gesucht. Und in der Zeit bin ich dann mal auf ein Buch über Geometrie gestoßen und über den Aufbau des Universums aus der Sicht der Heiligen Geometrie. Und das habe ich sofort verstehen können. Also das war wie meine Sprache. Ich habe das gelesen, das hat mich berührt und dann habe ich gesehen, das kann ich nachvollziehen. Und da hatte ich ein Gebiet, was mich halt wirklich angefixt hat. Und damit habe ich dann weitergemacht. Und das hat sich halt im Laufe der Jahre entwickelt. Dann habe ich selber gebaut, Körper gebastelt, über 800 Zeichnungen von Hand gemacht und so weiter. Und bin heute immer noch dran. Es kommen immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Und Sie geben das Wissen, was Sie auch zusammengetragen haben, was Sie sich selbst sozusagen erschlossen haben. Inzwischen ja auch weiter in Vorträgen beispielsweise auch heute hier an uns. Ich möchte, bevor wir noch mal ein bisschen näher auf die Heilige Geometrie kommen, noch mal bei Ihnen persönlich nachfragen. Sie haben gesagt, Sie waren eher ein verstandes Mensch. Anfangs hat Ihnen dieser Zugang geholfen, sich näher mit sich selbst zu verbinden, mit Ihnen selbst, Ihnen selbst näher zu kommen? Das war nicht meine ursprüngliche Intention gewesen, aber das ist beinahe unvermeidlich. Also ich komme aus einem Haushalt, beziehungsweise auch aus einem Land, wo Religion nicht das Thema war oder Spiritualität. In der DDR waren fast alle oder viele Atheisten, sagen wir mal. Und der einzige Ausweg war der logische Verstand. Und mit dem habe ich halt viel die Welt betrachtet. Und als ich dann angefangen habe, mich mit Geometrie zu beschäftigen, habe ich festgestellt, ich kann das nicht alles nur logisch betrachten, sondern es tut auch innerlich was mit mir. Oder die Erkenntnis, dass alles miteinander verbunden ist, dass alles eins ist, setzt mich in die Position, dass ich eben auf meine Gefühle gucken muss. Weil die Gefühle sind das, was verbindet. Also das Gehirn, das trennt immer und das Herz oder die Gefühle, die verbinden. So. Und wenn ich jetzt in der Geometrie sehe, vom Verstand her ist es alles miteinander verbunden, dann kriegt der Verstand ein Problem. Aber gleichzeitig sagt das Herz, hallo, das ist genau das, was ich dir sagen möchte. Und in dieser, in diesem Zwiespalt sozusagen, habe ich mich dann nach und nach entwickelt, beziehungsweise auseinandersetzen müssen mit den Punkten, wo verstecke ich meine Gefühle? Oder wo stehe ich nicht zu mir? Wo lebe ich nicht meinen Traum? Und wo bringe ich mich nicht ein? Und deswegen habe ich gedacht, ich mache Geometrie, aber eigentlich mache ich Persönlichkeitsentwicklung im Sinne. Also es ist... Aber über den Weg der Geometrie. Über den Weg der Geometrie. Das ist ja eigentlich das Spannende. Denn ich denke, jeder Mensch hat seinen eigenen Weg ja auch zu finden. Der eine findet ihn vielleicht direkt in das Intuitive, in die Kraft des Herzens. Der andere vielleicht über die Geometrie. Und das ist so interessant. Sie haben Ihren Weg darüber ja auch maßgeblich, sage ich mal, gefunden. Heute geben Sie dieses Wissen, dieses alte traditionelle Wissen weiter. Woher kommt die heilige Geometrie? Und was bedeutet eigentlich heilig in dem Zusammenhang? Vielleicht fangen wir noch ein bisschen anders an. Es gibt nicht den Weg. Also es muss jeder seinen Weg finden. Und letzten Endes ein Wissenschaftler ist für mich genauso auf dem Weg der Einweihung, wie jemand, der anfängt, die Einweihung zu suchen. Also es kommt jeder irgendwann zu der Erkenntnis, dass alles miteinander verbunden ist. Und die heilige Geometrie, vielleicht als Wort, heilig kommt von heil oder ganz oder gesund. Und das ist also etwas, was mich gesund macht, aber auch was mit allem verbunden ist oder das ganzheitliche Wissen. Die Ganzheit ist, ja. Die Einheit auch. Die Einheit, genau. Nicht diese Schulmathematik oder Schulgeometrie, so alle Möglichkeiten mal durchprobieren, sondern eben, was ist das Verbindende wiederum, was in allem drin steckt. Das ist der Hintergrund von der heiligen Geometrie. Und das Wissen kommt ja aus einem, aus einer alten Tradition. Wir haben ja anfangs schon gesagt, es wird wieder neu entdeckt eigentlich, aber es hat einen, einen Ursprung. Wo kommt es her? Wo kommen diese Zusammenhänge her? Wie ist, was ist da überliefert? Man kann in jede Kultur gucken. Also jede Hochkultur hat letzten Endes Wissen in der Geometrie gehabt, sonst hätte sie nicht existieren können. Und ich bin mehr über den ägyptischen Weg reingekommen. Und so die offizielle Legende ist ja, Geometrie heißt, also setzt sich aus Geo zusammen, was die Bezeichnung der Göttin des Planeten Erdes, Gaia. Und Metri ist das Messen. Und im Land der alten Ägypter gab es den Fluss Nil oder gibt es den Fluss Nil vor dem Staudammbau, der das Land immer überflutet hat und Nilschlamm abgesetzt hat. Es ist wieder befruchtet worden. Aber wenn sich das Wasser zurückgezogen hat, musste das Land neu vermessen werden. Und dann kamen die Geometer, also die Leute, die sozusagen die Erde vermessen konnten. Und die haben das Land neu vermessen und gesagt, das ist dein Feld, das ist dein Feld und das ist dein Feld. Das ist die offizielle Erklärung, weswegen Geometrie Geometrie heißt. Aber sie hat also einen Bezug zur Erde und zum Messen. Gleichzeitig sehen wir es aber eben auch in den Tempeln als in der Baukunst abgelegt, in den Pyramiden ganz klar und in allen möglichen anderen Gebäuden, weil die heilige Geometrie auch immer einen philosophischen Hintergrund hat. Also wenn ich sage, es gibt ein Bewusstsein oder einen Gott, dann wird es ja auch irgendwie ausgedrückt. Und ein Tempel im idealen Sinne sollte dieses Wissen ausdrücken, also sagen wir mal speichern oder kodieren können, dass es die Zeit überdauert. Aber gleichzeitig hat eine Form immer auch eine Wirkung, eine energetische. Und die wirkt dann natürlich auch auf die Besucher des Tempels, dass die das spüren können. Also wenn sie eine... Jede Form hat eine Schwingung auch? Ja, kann man so sagen. Die sich auf den Besucher überträgt? Eine Form hat eine Schwingung auch? Richtig. Energie ist ja Schwingung, oder? Verstehe ich das richtig? Das verstehen sie richtig, wobei die Physiker an den Begriffen sich wahrscheinlich jetzt noch aufhalten würden. Wir gehen einfach mal weiter. Aber sie haben zumindest ein Gespür dafür. Also sie gehen ja in den Raum rein und sagen, der ist stimmig. Oder hier fühle ich mich nicht wohl, hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Und stimmig, der Raum ist in Harmonie. Das sind musikalische oder Schwingungsbegriffe. Ja. Ja, und dann haben sie auch eine Empfindung dafür. Und wenn sie also ein Gebäude bauen, was im Einklang mit der heiligen Geometrie ist, dann spüren sie das auch, dass das Gebäude stimmig ist. Und man kommt selbst auch in Einklang mit sich, mit dieser inneren Schwingung, die man auch hat. Mit dem, genau. Das beeinflusst sich ja auch gegenseitig sicherlich. Richtig, ja. Wenn man davon ausgeht, dass es nur eine Grundschwingung gibt, die sich durch alles hindurchzieht. Also die jeder empfinden kann oder mit dem jeder in Verbindung treten kann. Und wenn diese Grundschwingung in einem Gebäude drin ist, dann kann ich hineingehen und es berührt mich, weil es meinen innersten Kern berührt. Und das öffnet mich, ist etwas Heiliges oder wie man das dann nennen möchte. Worauf führen Sie das zurück, dass dieses alte traditionelle Wissen sich jetzt neu belebt sozusagen oder immer mehr Fans hat, muss man fast sagen. Wenn man sich umguckt im Internet, findet man einiges dazu an Informationen. Es gibt auch Experten, die sich damit beschäftigen. Worauf führen Sie das zurück? Wir könnten es astronomisch erklären und sagen, dass die Erde einen großen Zyklus hat, das sogenannte platonische Jahr. Und was 26.000 Jahre dauert und davon ein halbes Jahr 13.000 Jahre ist. Und diese 13.000 Jahre jetzt um sind von einem halben Jahr, was die Nacht gewesen ist. Also die Dunkelheit und die Menschheit ist jetzt gerade am Aufwachen. Das wäre so das Große, der große Rahmen. Oder wir sagen einfach, immer mehr Menschen sehen, dass die Welt, wie wir sie geschaffen haben, nicht funktioniert. Also durch die Vernetzung sehen wir auch, welche Folgen unser Tun hat. Das war vor 50 Jahren vielleicht nicht so offensichtlich. Aber wenn heute eine Textilfabrik irgendwo in Bangladesch zusammenbricht und über 1000 Leute sterben und wir die direkte Verbindung sehen, weil da sind Etiketten von dem Geschäft, was bei uns auf der Straße ist, drin, dann sehen wir ja den Reichtum, den wir haben. Der existiert nur, weil es irgendwo anders Armut gibt. Und dann fangen die Leute an zu suchen, ja, was ist denn dann wahr oder was ist ein höheres Gut. Und gleichzeitig die Welt, die wir erschaffen haben im Moment, ist aus dem Verstand entstanden. Und der Verstand, in dem wir leben, wird getrieben, auch von dem kosmischen Zyklus, von den Energien, die herrschen. Und es gibt eine Grundschwingung, die jetzt beginnt, dass die Herzen der Menschen wieder aufwachen. Und das Herz hat eine ganz andere Betrachtung der Welt. Und das sagt dann plötzlich, das geht so nicht, was hier läuft. Aber die Geometrie baut ja, wie Sie schon sagten, auch die Brücke letztlich. Für die Menschen, die jetzt nach Orientierung suchen oder auch verstehen, so geht es nicht weiter. Ich komme auch mit dieser Verstandeshaltung nicht mehr zurecht. Ich kriege es nicht mehr in mir selber in Verbindung gebracht. Wir haben schon ein bisschen theoretisiert über die heilige Geometrie. Aber vielleicht zeigen wir einfach auch noch mal für die Zuschauer zunächst einmal ein paar Beispiele, was dieses Gesetz des Lebens oder diese Wiederkehr von diesen Strukturen und Mustern überhaupt bedeutet. Sie haben dazu ein paar Beispiele oder Gegenstände mitgebracht, die Sie vielleicht auch am besten selber einfach mal erläutern. Wir fangen vielleicht mal mit der Muschel an. Die Muschel hat eine sogenannte goldene Spirale. Also wenn Sie sich das anschauen, bewegt sich die Wendel nach innen. Und es gibt ein Prinzip in der Geometrie, das heißt Selbstähnlichkeit. Also egal auf welche Maßstabsebene ich schaue, ich finde immer das gleiche Muster wieder. Oder dieser Abstand ist ähnlich zu diesem Abstand, aber er ist kleiner. Aber es ist ein bestimmtes Verhältnis. Bestimmte Gesetzmäßigkeit. Eine Gesetzmäßigkeit könnte man sagen. Das kommt aus den geometrischen Grundformen oder aus den geometrischen Zeichnungen. Also wenn wir dieses Pentagramm nehmen, ein Pentagon ist das Äußere und das Pentagramm ist das Innere. Also es hat fünf Ecken, das kann ich erkennen, oder? Genau. Penta heißt fünf und Gramm heißt Zeichen. Dann sieht man ein großes Pentagon aus. Ein großes Fünfeck. Ein großes Fünfeck, ein Fünfstern drin und drin haben wir ein kleines Fünfeck. Ja. Und dann können wir da rein wieder ein Fünfstern einzeichnen, finden ein kleines Fünfeck, können Fünfstern einzeichnen und wieder ein kleines Fünfeck. Was Sie sagen wollen, ist, dass sich diese Strukturen oder diese Muster unendlich oft ineinander wiederholen lassen oder wiederholt werden. sind oder holographisch ineinander gepackt sind. Und diese Muster finden sich dann auch in der Natur, in natürlichen Gegenständen? Ja, auf jeden Fall. Also ganz simples Beispiel, die goldene Spirale in dieser Muschel und wir können die aber in jeder Muschel anfinden, in unterschiedlichen Winkeln, aber es ist immer das gleiche Prinzip. Wir finden es aber auch zum Beispiel in den Galaxien, in den Spiralarmen, wie die gebaut sind, also wie oben, so unten, im Großen wie im Kleinen. Oder wir finden eine Sonderform der goldenen Spirale dann in dem Tannenzapfen. Wenn man sich den anschaut, gehen zwei gegenläufige Spiralen, also eine Spirale geht hier lang und eine Spirale geht hier lang. Und die haben einen unterschiedlichen Winkel. Der eine ist steil und der andere ist spitz. Und das leitet sich ab aus dem sogenannten goldenen Schnitt. Also das Verhältnis der beiden Winkel zueinander entspricht dem goldenen Schnitt. Und das finde ich dann eben in dem Tannenzapfen wieder, aber auch in einer Pusselblume, in einem Gänseblümchen, in einer Erdbeere. Im Blumenkohl. Im Blumenkohl, genau. Da gibt es eine besonders schöne Form, den Romanescu. Da hat man dann gegenläufige Spiralen und an jedem Knotenpunkt gegenläufige Spiralen. Und da ist es viermal ineinander geschachtelt. Also den, den ich mal zerschnitten habe, der war da über vier Stufen zu sehen. Und das Lustige ist, die Zahlenfolge, die dahinter steckt, die finden wir zum Beispiel auch im menschlichen Körper wieder. Und es gibt nur einen Bauplan, der immer wieder auftaucht. Also der Bauplan eines Tannenzapfens, jetzt sage ich es mal provokativ, ist der gleiche, den ich auch irgendwo in mir habe? Ja, das ist jetzt schon wieder zu weit. Du bist sehr vereinfacht. Sehr vereinfacht, genau. Aber wo genau steht, wo ist die Verbindung zwischen mir und diesem Zapfen? Es geht ja auf die Urform des Lebens oder der Lebensentwicklung zurück, letztlich. Es sind geometrische Formen oder Zahlenfolgen, die sich da wiederfinden. Was finde ich in mir selbst? Wie kann man da die Brücke bauen, so sich als Mensch? Das Einfachste ist, vielleicht gehen wir mal auf den goldenen Schnitt ein, weil wir da immer wieder drauf zurückkommen. Wenn ich eine Strecke außerhalb der Mitte teile, gibt es einen Punkt, der nennt sich göttliche oder harmonische Teilung. Und wenn ich den Punkt gefunden habe, ist die kurze Strecke zur langen Strecke das gleiche wie lange Strecke zur Gesamtlänge. Das muss man jetzt nicht mathematisch machen. Das ist eine Relation einfach, eine bestimmte Relation, ein Verhältnis. Und Körpergröße von jedem Menschen oder von den meisten Menschen im goldenen Schnitt geteilt, ist die Position des Nabels. Oder das ist ja oberhalb der Mitte des Körpers. Es gibt auch einen unteren goldenen Schnitt. Wenn ein Mensch entspannt, da steht, die Hände an der Seite hat, da wo die Arme zu Ende sind, ist der untere goldene Schnitt. Dann sind wir bei den Händen. Die Länge dieses Knochens zu dem Knochen ist goldener Schnitt. Oder diese Länge zu der Länge ist goldener Schnitt. Ich war gestern mit einem Kiefernorthopäden zusammengetroffen, der ist 72 Jahre. Der hat gesagt, er muss sein ganzes Wissen über den Haufen werfen, weil er das nie gehört hat, dass der goldene Schnitt irgendwo vorkommt. Ja, im menschlichen Körper? Im menschlichen Körper. Und sein Hauptarbeitsgebiet ist der Kiefer. Und er hatte eine Vermutung. Und dann haben wir das nachgemessen und festgestellt, am Kiefergelenk von hier bis unten zu von hier bis zur Kinnenspitze ist goldener Schnitt. Ja. Und das war völlig anders als alles, was er bisher gehört hatte. Und er muss jetzt seine ganze Medizin umstellen und neu anfangen. Aha. Das heißt, es hat Folgen, wenn man ganzheitlich auch behandelt beispielsweise, wenn man sich besinnt auf diese heilige Geometrie, auf diese Grundformen und sie auch integriert zum Beispiel in Behandlungskonzepte, anders mit Menschen umgehen zu können. Richtig, ja. Mit sich natürlich auch, mit sich selbst, wenn man dieses Wissen irgendwie verinnerlichen kann sozusagen. Die ganze Natur ist völlig anders gebaut, als wir denken, dass sie das ist. Also wenn ich einen Samen in die Erde stecke, sagt die Natur, der ist in meiner Geometrie gebaut, der ist mit mir im Einklang, gibt noch Wasser hinzu und Lebensenergie und dann kommt ein Baum raus. Da wächst irgendwas dann. Genau. Und ich bekomme nach drei oder fünf Jahren dann meine eigenen Äpfel, ohne da groß was zu machen. In der Gesellschaft muss ich immer nachfüttern. Ich muss mein Auto immer nachtanken, ich muss mein Haus immer Gas nachfüllen und so weiter. Das ist nur auf Abhängigkeit konstruiert. Aber die Natur ist eben ganz anders gebaut. Und dann sind wir wieder beim Teilen und den Zusammenhängen, wo alles miteinander verbunden ist. Und es sind identische Muster letztlich, die dem zugrunde liegen, kann man so sagen. Ob Pflanze, ob Tier, ob Mensch. Richtig, ja. Wachstum, Ursprung, alles geht auf eine gemeinsame Verbindung, einen gemeinsamen Ursprung, einen gemeinsamen Entwicklungswachstumsprozess auch. Generell, wie findet Wachstum in der Natur statt? Wie findet das überhaupt statt? Nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, wenn wir jetzt so eine Pflanze wachsen sehen, zum Beispiel ein Ahorn, der sich irgendwie verzweigt, dann denkt man sich nicht viel dabei, außer dass man vielleicht feststellt, ach, da wächst ein neues Blatt oder der hat einen neuen Ast bekommen. Aber selbst diese so einfachen Dinge unterliegen bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die sich durch die Geometrie messen lassen. Ja. Oder vorhersagen lassen sogar. Ja. Und aber auch eine Querbeziehung zur Physik haben. Ja. Also beim Ahorn speziell ist es so, wir haben zwei Blätter, die wachsen in der Richtung und im rechten Winkel haben wir wieder zwei Blätter, die da zuwachsen. Wieder im rechten Winkel zwei Blätter. Und die wachsen ja dem Licht entgegen. Also man könnte sagen, die Blätter möchten das Licht empfangen. Also sie wollen damit in Resonanz gehen. Und das ist die Geometrie des Lichtes. Das Licht ist eine elektromagnetische Welle. Da gibt es eine Achse, die elektrische Komponente, in der anderen Achse, die magnetische Komponente. Und wie eine Antenne wachsen die Blätter dorthin. Und das ist die gleiche Geometrie, die das Auge hat. Weil das Auge ja auch ein Lichtempfänger ist, folgt es der Geometrie des Lichtes, um das Licht so gut wie möglich aufnehmen zu können. Und das ist halt überall das Gleiche. Das sind die Entsprechungen, ne? Die Entsprechungen. Die Entsprechungen. Die Entsprechungen da, mit denen Sie sich da eingehend beschäftigt haben. Wenn wir jetzt nochmal versuchen, ein bisschen zurückzukommen zu dem Thema mit dem Herzen und mit diesem Gefühl, alles ist mit allem verbunden. Denn das läuft doch auch sehr über die Emotion. Wie kriege ich da jetzt die Kurve von dieser geometrischen Abfolge hin zu einem Gefühl? Sie können spekulative Mathematik oder spekulative Geometrie machen. Dann bleiben Sie immer im Verstand. Wenn Sie aber etwas tun, was mit dem Leben zu tun hat, Sie schauen eine Pflanze an oder Sie messen Ihren Körper, dann gehen Sie auf die Spur der Grundenergie. Also es ist ja eine Grundkraft, die Sie hat wachsen lassen in dieser Form. Sie sind ja nicht irgendwie zufällig oder durch Evolution entstanden, sondern es ist eine Kraft, die in Ihnen drinnen steckt, die Sie geformt hat. Und wenn Sie diese Geometrie erkunden, sind Sie auf der Spur dieser Kraft. Und damit aber auch auf der Spur der Lebenskraft. Auf das Herz bezogen nochmal, auch da gibt es doch geometrische Besonderheiten als Mittelpunkt in unserem Sein auch letztlich. Weil wir ja oft im Kopf sind. Man könnte ja meinen, mein Kopf ist das Zentrum aller Dinge. Das, was ich verstanden habe, das weiß ich. Da weiß ich, was ich habe sozusagen. Der eigentliche Mittelpunkt in uns ist doch das Herz, auch geometrisch, oder? Sozusagen. Dann muss man gucken, nach welcher Geometrie man das definiert. Aber mindestens vom Energiehaushalt her ist das der eigentliche Mittelpunkt. Also ich war gerade bei der Lebensenergie oder bei der Kraft, die sie formt. Und das erste Organ, was in einem Embryo gebildet wird, ist das Herz. Das ist nach 21 Tagen beginnt das zu pulsieren. Und das ist ein ganzes Leben da. Und das unterstützt sie. Also sie können alles machen. Sie können, ja weiß ich nicht, Geometrie machen oder sie können der schlechteste Mensch sein nach unseren Maßstäben. Das Herz ist immer da. Das schlägt die ganze Zeit. Es wird sich immer melden, aber wenn sie nie drauf hören. Es ist in dem Sinne schon von sich aus bedingungslose Liebe. Aber wenn sie natürlich dem Herzen folgen und das in den Körper integrieren oder wieder wahrnehmen, dann merken sie, da kommt nicht einfach nur der Puls des Lebens, sondern da kommt auch ein tieferes Wissen dazu. Also das Herz führt sie zu einem tieferen Verständnis. Was heißt das für sie konkret, verbunden zu sein mit allem? Es führt uns vielleicht nicht nur dazu, sondern es bringt es eigentlich mit. Es bringt es. Also es ist die Aufgabe des Herzens oder der Ursprung des Herzens. Es bringt es eigentlich mit. Ja. Also wie Exupery gesagt hat, man sieht nur mit dem Herzen gut. Ja. Das Gehirn ist ein Organ, das besteht aus zwei Teilen, das sieht immer Teilung und das Herz, das hat nur ein Zentrum. Das sieht immer aus einer Mitte heraus und gleichzeitig ist es sehr weit ausgedehnt. Das hat ein ungefähr tausendmal stärkeres Energiefeld als das Gehirn und streckt sich also in den Raum aus. Manche Quellen sagen bis zu neun Metern. Das heißt, wenn wir hier sitzen, unsere Gehirne, die gucken sich über die äußere Hülle an sozusagen, aber die Herzen, die sind in den Feldern durchdrungen und die kommunizieren schon die ganze Zeit miteinander. Und wenn ich jetzt also auf der Ebene unterwegs bin, dann schaue ich nicht einen Menschen an, was hat der heute an, wie sieht der aus, kann der nicht mehr arbeiten gehen, sondern auf der herzlichen Ebene merke ich, es ist ein Mensch wie jeder andere oder wie ich, der hat die gleichen Empfindungen, der möchte in Frieden leben, der möchte geborgen leben und dann fühle ich mit, genau. Und dann bin ich schon verbunden und überwinde die Trennung, die das Gehirn eingebaut hat. Das ist ganz interessant, dass Sie das sagen mit der Trennung, die sich ja auch anatomisch im Gehirn zeigt durch zwei wirklich zwei Hälften, die ja ein Gebilde in sich haben, dieses Corpus callosum, diesen Balken, der sozusagen anatomisch beide Hirnhälften überhaupt miteinander verschaltet, damit da überhaupt eine Verbindung zustande kommt zwischen diesen beiden Hälften. Warum ist das Denken trotzdem für die meisten der Chef letztlich? Wir haben ein riesiges Energiefeld, neun Meter können wir hier senden, ja, nur mit dem Herzen. Das Herz ist von Anfang an da, eigentlich wäre das der Motor des Lebens in jeder Hinsicht. Warum schafft es der Kopf trotz allem, hier die Oberhand noch zu gewinnen? In den meisten Fällen, sagen wir mal so. Oder bei vielen, ja? Weil ein paar Konzepte in unserer Kultur verloren gegangen sind, wie wichtig das Herz ist. Also heute, wenn Sie über die Straßen und Plätze gehen, da stehen nicht die Herzen von den Einzelnen, so das Herz von Wilhelm dem Großen oder so, sondern da steht der Kopf oder die Büste. Das Gehirn von Albert Einstein lagert in irgendeinem Labor immer noch in Formaldehyd eingelegt, weil das ist wichtig. Aber das, also glauben wir, dass das wichtig ist. Früher war es so, in Ägypten zum Beispiel, wenn eine hochstehende Person gestorben ist und die wurde mumifiziert, wurde der Körper aufgemacht, die Organe in ein eigenes Gefäß gesteckt, ein Organ wurde in den Körper hineingelegt und ein Organ wurde weggeworfen. Jetzt muss ich raten, welches, ne? Nein, müssen Sie nicht, aber sehr offensichtlich. Das Herz wurde wieder in den Körper hineingelegt und das Gehirn wurde weggeworfen. Eigentlich müsste das Herz die Oberhand haben oder das Gehirn der Diener des Herzens sein. Ich vergleiche es immer mit Eltern, mit einem Kind, wo die Eltern nicht da sind. Die Aufgabe des Gehirns ist zu erschaffen, dazu haben wir es und es erschafft ständig Realität. Aber die Verbindung von Kopf und Herz, die war getrennt und dann erschafft das Gehirn erst mal, weil es nichts anderes zu tun hat, eine Realität, aber verliert sich gleichzeitig in dieser Realität. Also er schafft immer Polaritäten, gut, böse und sagt, du brauchst mich, ich muss dir das analysieren, während das Herz eben nicht da ist oder nicht gefühlt wird. Und gleichzeitig sucht das Gehirn Bestätigung und sagt dann, wir sind so toll mit unseren Konzepten, wir haben die Wissenschaft, wir können alles erklären und dann wird das Herz natürlich zusätzlich runtergetrieben. Und das ist eben nicht Teil unserer Kultur. Das fängt im Kindergarten an, in der Schule. Wir lernen nicht auf uns zu hören, sondern wir lernen, systemkonform zu werden. Ja, zu funktionieren auch letztlich. Hatten wir hier auf dem Kongress auch zu funktionieren, also blind zu funktionieren, angepasst in ein System, ohne es auch zu hinterfragen. Ja. Das gar nicht mehr zu machen, gar nicht mehr aus uns heraus zu handeln. Wie war das denn? Früher wurde da die Herzensbildung ernster genommen? Mit früher meine ich also in Urkulturen oder Traditionen. Hat man sich da mehr damit beschäftigt? Unbedingt. Also das Herz zu leben ist eine grundsätzliche Voraussetzung für eine friedliche Gesellschaft. Wenn sie nicht im Herzen miteinander verbunden sind, dann fangen sie wieder an mit Kopfmaßstäben. Der hat mehr, das war unfair, was der gemacht hat oder so. Wenn aber irgendein Ungleichgewicht aufgetreten ist. Also man sieht nicht die, die menschlichen Emotionen, die wir empfinden, könnte man auch einfach als Energieungleichgewichte betrachten. Nur wir empfinden dieses Ungleichgewicht dann eben als Wut oder sowas. Und wenn man aber lernt, dahinter zu gucken, und das hat jeder Urstamm gemacht, hat man geguckt, wo liegt das Ungleichgewicht? Was können wir tun, um den Ausgleich herzustellen? Dann wird nicht ein Straftäter weggesperrt, sondern wird geguckt, wie kann er wieder beitragen, um das Gleichgewicht der Gesellschaft herzustellen? Das heißt, er muss, wenn er jetzt mal böse gesprochen einen Mann umgebracht hat, muss er jetzt der Frau dienen, damit sie ihren Haushalt weiterführen kann, um das Ungleichgewicht wieder herzustellen. Und dann wird das Herz ganz anders gelebt. Ich meine jetzt, das ist ja ein sehr drastischer Fall vielleicht, ein sehr drastisches Beispiel, aber jetzt auch mal so in einem ganz normalen Leben stand doch auch die Herzensbildung eine viel größere, wie soll ich sagen, viel mehr im Vordergrund als heute im heutigen Bildungssystem beispielsweise. Natürlich. Da gibt es doch traditionelle Erkenntnisse auch dazu. Ja, genau das, dass die Emotionen nur Anzeichen sind von Unstimmigkeiten und dass man eben lernt, dahinter zu gehen. Es gibt, wie gesagt, im ägyptischen Weg gibt es die Geometrie und es gibt die zweite Seite der Schule. Das ist dann die Emotionalschulung. Also die ägyptische Mysterienschule hatte einen Oberbegriff. Alles ist eins. Und dann gab es zwei Wege, wie das unterrichtet wurde. Das Gesetz des einen, also das rechte Auge des Horrors, war die mentale Schulung für den Verstand. Ja. Und das linke Auge des Horrors ist die emotionale Schulung. Aber es wurde zuerst die emotionale Seite unterrichtet. Zuerst. Das heißt, die Reihenfolge war schon mal ganz anders. Genau. Bei uns ist ja so, wir haben die mentale Schulung und wir müssen irgendwann gucken, wie wir klarkommen. Irgendwie, wenn wir 40 werden oder sowas, fängt das dann an spätestens, sich zu orientieren. Das war da ganz anders. Man hat eine emotionale Schulung sozusagen gemacht, die Herzensbildung zunächst einmal als Basis aller weiteren Entwicklungsschritte vorne angestellt. Die Gewichtung ist ja ganz anders. Die Gewichtung ist ganz anders. Wenn ich mit der mentale Schulung anfange, kommt irgendwann der Punkt, wo der Verstand sagt, ich weiß genug, ich brauche das Herz nicht mehr. Ja. Und wenn ich aber mit der emotionalen Schulung anfange, dann kann ich das Herz nie wieder verlieren. Dann sagt mir das ständig, bleib in deiner Mitte, bleibe bei dir und folge dem Weg der Natur oder folge deiner Intuition. Und dann kann nie etwas schief gehen. Also dann bleibe ich immer, natürlich kann man mal rauspendeln, aber im großen Weg bleibe ich immer drinnen. Das ist schön, dass Sie sich so intensiv mit der Thematik beschäftigen und auch Ihr Wissen zu den Menschen bringen. Ihnen Zugänge eröffnen mit der heiligen Geometrie. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Leider ist unsere Zeit jetzt schon vorbei. Es ist wie im Flug vergangen. Vielen Dank, dass Sie da waren, auch hier beim Kongress in Karlsruhe. Ich hoffe, dass wir Sie bald mal wiedersehen und Fortsetzung folgt. Ja. Noch mehr erfahren dürfen aus Ihrem Fachgebiet. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Ja, gerne. Meine Damen und Herren, das war der Beitrag mit Andreas Beutel zur heiligen Geometrie. Ich hoffe, es war genauso spannend für Sie wie für mich. Schauen Sie wieder rein bei Weltenwandel TV. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.